Musik Also hier ist wieder Doktor Peter und Manfred. Heute machen wir das ABC Tierraten. Wie findest du das Manfred? Also ich fände es richtig toll, dass wir mal richtig schön Tierraten machen. Hab ich noch nie in meinem Leben hab ich das gemacht. Weg wo Stamm fahren wollen. Gut wäre es. Das ABC. Aha. Ja. Ich fang an. Okay, ah. Fangen wir an Manfred. Oder nee, ich fang an. Ah wie Affe. Ah wie Kamel. Nein Spaß. Also ich hab gewonnen, weil du kein Tier mehr mit Ab wusstest. Ja. Das ist ja ein doofes Spiel. Aschlo. Nein Spaß, Mannfred. Wir machen jetzt mit B weiter. Also B wie Biene. Und was ist dein Tier? B wie Bär. B wie Bär. Okay. Ähm. Jetzt muss ich eins sagen. B wie Baumeltier. das gibt es doch ja 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 ich muss noch mal blähen dass du mal ja ja ok ok Wurst. Bockwurst. Nee, Bockwurst. Ich hab ne Bockwurst an der Hose. Du knallt mal. Okay, ich hab schon wieder gewonnen, weil du mein B auch ja nicht wusstest. Okay, C. C gibt's nichts, also machen wir D weiter. D wieder. Was sagst du? E. Wie. Dosen-Socke. 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 Okay, ich hab schon wieder gewonnen. Ich hab keinen Bock mehr. Okay, also ich hab schon wieder gewonnen, also machen wir jetzt E. E. Wie. E. 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 Eaaa. E. E. jetzt aber sehr komisch, also ne, das finde ich jetzt doof, also du musst aber mal ein Tier sagen, ne, also, ja, ne, also, ja, ne, nein, nicht was, ähm, komm, warum her, okay, dann machen wir jetzt mal, ähm, was machen wir denn mal, Fuchs will ich nicht, das heißt, ich nehme Fuchs, und was nimmst du, Manfred? Äh, Futzkuchen, 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 Küschi, ist ein Bärbchen, ahaha, ahaha. Ja, wer das jetzt ist, weiß ich auch nicht. Und du hast dich gerade voll ans Mikrofon gesabbert, du dummes, fettes Kind. Aber gut, egal. So, du lauerst nur Scheiße, da hab ich schon wieder gewonnen. Das heißt, du bist ein dummer Loser. Und ich bin cool. Nee, irgendwie nicht, aber egal. Gut, dann machen wir jetzt mal ABCDEFG. G wie Geopard, gibt's sowas? Gibt's Geopard? Gibt's Geopard? Hallo, was? Hallo? Was gibt's? Geo-paar? Nein? Nein. Okay, ich sag jetzt mal mal eins. Korkenwurst. Korkenwurst. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr, das war das ABC jetzt, da Manfred erst mal das ABC lernen muss, können wir jetzt nicht weitermachen, tschüss, tschüss. Hallo, das ist das RVT, RVT, D-E-F-G, H-I-N-O-T-H-E-L-M-N-O-T-H-E-S-T-O-V-V Hi vi, popfus, ha ha Musik Musik